die könnte ich jetzt schlagen aber das lassen wir mal lieber so jetzt heißt wieder hier irgendwie drumrum bauen weil sonst fallen wir wieder in die lava und das lag meine fresse die hölle ist für den arsch ich hasse die alle haben sie auch schon ein großes update angeplant und ich wollte ja nicht auch schon längst auf 1.5 unterwegs sein aber die scheiße wurde immer noch nicht released leute was soll ich dazu sagen mein gott er diese viecher schon wieder mein gott die haben ja übelst auf mich abgesehen so mein gott jetzt kenne ich schon wieder kann ja nicht wahr sind okay regenerieren wo sind die viecher da sind sie nicht ich habe keinen plan wo sie sind da hinten auf jeden fall noch die andere pilzorte die holen wir uns gleich mit aber jetzt erstmal gucken wo dieser spawner schon wieder ist weil das ist ja nicht normal dass da so eben mal ein bisschen konzentrieren mein gott die viecher wissen aber auch ganz genau was wir wollen aber der hat mich zweimal getroffen das ist gar nicht gut ich stelle mich aber auch gerade ganz schön dumm an das muss ich selber zugeben aber kein plan wie ich das halt soll anders machen so mein gott leckt mich doch am arsch oder das gar nicht gut wenn der mich jetzt noch mal trifft ok jetzt erst mal regenerieren bitte so wenn er um den egg kommt bekommt auf jeden fall schwert ins face hallo hallo boah da ist er headshot jetzt war nicht so bei die minecraft kein plan komm komm hoch keine kraft dazu so hier rum und da sind auf jeden fall noch einige mein gott ich nehme jetzt mal einfach mein gott oh oh ich glaube hinter mir ist lava oh 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 gar nicht gut ist da lava aber feuer so ich lass die jetzt mal kein bock auf diesen kampf sind wir zu viele mein gott ey diese hülle ist immer furchtbar wenn die sich aufbauen muss das geht gar nicht klar da schon wieder so ein spawner ne so holen wir uns mal die pilze hier oh gott hier ist auch noch irgendwo jetzt ein gas das ist natürlich richtig scheiße so hier unten geht es jetzt nicht mehr groß weiter machen wir jetzt mal einfach so weil sonst verläuft man sich hier in den dingen an viel zu krass das ist furchtbar boah ein magma slime der mich gerade erschreckt eh nachdem jetzt nachzugehen das lohnt sich auch nicht aber auf jeden fall geht es hier auch irgendwie nicht weiter dann bleibt ja irgendwie nur noch dieser weg wo auch irgendwie ziemlich endstation ist hm langweilig so also auch hier nix dann warte mal ich mach jetzt aber nochmal den weg hier frei weil da können wir uns jetzt zumindest drüber bauen also immerhin schon ein kleiner schritt machen wir das mal eben ohne wenn sie möglich ist ohne runter zu fallen ob das klappt da zweifle ich ja noch ein bisschen dran aber wir geben natürlich unser bestes so wir können jetzt aber eigentlich irgendwann sagen dass hier schon mal endstation ist und boah hier können wir mal offen lassen hier ist natürlich auch endstation ja da laufen wir mal wieder zurück ne gucken wir mal wo wir hinkommen so ich erstmal eben wieder ein Brot dass wenn wir angegriffen werden ein bisschen regenerieren können was sagt eigentlich hier die Rüstung boah so wirklich fit ist sie nicht mehr ne sagen wir mal so hm ich hab grad ehrlich gesagt kein Plan wo ich hingehen soll also hier gehts anscheinend naja da sieht auch gar nicht mal so interessant aus gehen wir doch mal da rüber wär jetzt so mein Vorschlag oh da komm ich sogar noch dran sehr schön so dele was haben wir denn jetzt hier ein Lava Ding aber sonst ist hier irgendwie auch nix mein Gott ich hab mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet da ist auch nix drin als einfach nur ein Lava Behälter was auch immer ach je ach je es will einfach nicht klappen heute mein Gott jetzt fall ich wahrscheinlich auch noch hier runter ne boah grad noch zu dem Lack ausgewichen so jetzt müssen wir hier mit Cobblestone zu machen alles klar links oder rechts pfff gehen wir mal hier lang weil ich glaub wir kommen von ziemlich dort wobei ich glaub hier waren wir auch schon mal ne wenn ich mich recht entsinne genau hier waren wir auch mal hier haben wir gegen diese komischen Skelette angekämpft mein Gott ist da grad ein geiles Bild du musst aufpassen dass mich hier jetzt nix runter stößt aber ey geiles Bild so mal gucken ob es da hinten weiter geht sieht aber nicht so aus ne ne einfach nur ne dumme Mauer ich glaub die Festung hier ist gar nicht so groß ich hoffe wir finden hier noch was ich hoffe wir finden hier noch was das wäre sehr ärgerlich wenn nicht sehr sehr ärgerlich sogar äh so jetzt können wir einmal hier entlang laufen wahrscheinlich laufen wir gleich einmal im Kreis äh ja das sind wir wirklich also hier ist auch eine Station damit ist hier auch eine Station dann haben wir noch hier den Weg nach rechts wo schon wieder ein Loren Spawner auf uns wartet ah Spawner natürlich auch direkt zwar nicht zerstört aber direkt mal den Spawner ja oh Gott der muss kaputt der muss kaputt weg hier weg hier weg hier boah ich hasse die Viecher also das sind meine neuen Ernstfeinde scheiße auf Endermans äh die Viecher hier sind 10 mal krasser sooo ich glaub nächstes mal wenn ich in die Hölle geh hol ich mir auf einmal auf jeden Fall einen Eimer Wasser mit weil dieses Wachten suckt übelst wir können mal in der Zwischenzeit eben ähm ein bisschen Clostone Staub zu Clostone werden lassen so okay ähm wachten wir noch ein bisschen ab ein Herz noch und dann gehts wieder in den Kampf Leute huuuu so Mission Nederwarzen naja wirklich was dabei rausgekommen ist aber noch nicht irgendwie so aber hier sind auch gar keine Kisten ich versteh gar nicht was die Spawner dann bringen ich hab auch ehrlich gesagt gar keinen Plan ob man hier jetzt wirklich weiz Nederwarzen findet zumindest habt ihr das gesagt ne also wenn das nicht der Fall ist seid ihr selber dran schuld haha ja kann ich ja wenigstens behaupten äh gehen wir mal hier links entlang wahrscheinlich denken sich jetzt die meisten guck mal wie dumm der ist weil ich hier voll meine Zeit verschwende so äh ja töten wir mal die Slimes immerhin ne Beschäftigung auch wenns ne relativ stumpf äh Beschäftigung ist so gehen wir jetzt mal hier nach rechts hier war irgendwie noch diese dummen Loren uch kein Plan wo die jetzt her kamen die kamen auf jeden Fall irgendwo her mein Gott fick dich doch du scheiß achso jetzt bin ich vergiftet ok ich wollt grad sagen was geht jetzt ab so hier waren wir auch überall irgendwie schon mal dann gehen wir mal wieder zurück vielleicht gibt es ja noch ein anderer Weg kein Plan ehrlich gesagt ich hab die Übersicht schon lange verloren oh guck mal da ein riesen Magma Slime Hilfe boah ey wie viel Hits brauchen der Teil da ist ja übel was hat überlebt so hier sind mal ein bisschen geteilt worden so geben die eigentlich doch Slimes ich glaub die Magma Slimes nicht oder die geben doch nur Magma Bälle und diese auch irgendwie nicht sonderlich viel so ok wir sind irgendwie wieder am Anfang unserer Reise ne hier kam aber wo auch nicht her oder ha ich hab die Orientierung sowas von verloren Leute ich bin hier grad voll allein irgendwie so was haben wir denn jetzt hier oben irgendwie auch nur scheiße ne nix richtiges irgendwie ah diese ganze Höhle hier oder die ganze Festung sagen wir mal so geht mal ordentlich gegen den Strich mein Gott jetzt na dann hat natürlich noch gefehlt ja toll jauh noch ein zweites Teil davon das ist genau das was wir gebraucht haben selbstverständlich wie solls anders sein komm mal her du Drecksvieh kein Bock ah Leute wir sind so fett am Arsch so also das Teil suckt auf jeden Fall richtig hart so da oben drauf waren wir schon gehen wir mal hier rüber ich glaub hier waren wir noch gar nicht in diesem Bereich guck mal hier hoch und guck mal wo wir hier oben hinkommen bah da hat es ja jetzt so richtig derbe gebracht eh so da hinten waren wir auch schon eigentlich schon überall wenn man ehrlich ist ne also mir fällt jetzt grad spontan keine nix ein wo wir noch nicht waren so wir müssen ein bisschen Aussicht nach Truhen und so ein Zeug halten äh ja bauen wir uns vielleicht mal hier durch mal gucken wo wir hinkommen jetzt sind wir wieder hier ach leck mich doch am Arsch okay